okay da sagt sie auch da kommen wir nicht rein hier haben wir nichts gehen wir mal das auch noch in die tür das sind die stelle kommt sie mit das ist ja auch falsch es ist ja nicht dass es dunkel ist aber es ist echt dunkel ja ich weiß aber es ist unser meister was willst du also tun ein jahr noch dann haben wir genug froschen beisammen um uns zwei neue pferde zu kaufen wofür auch immer er sie benötigt hat okay okay ich brauche aber ich brauche aber äh ein paar fuckeli ich sehe hier wieder nix er sollte aber wieder fuckeli einsammeln wenn ich welche sehe gut dann geht es nicht weiter da geht es auch ein trauen was haben wir hier noch nöschl uki wo gehst du hin zaira das ist nicht der weg habe ich gemerkt ich warte hier so lange nee du kommst mit warten kann jeder tut mir leid dass der falsche weg war da breit ist immer noch lol die tür die tür die tür hier sieht aus als könnte sie uns ins hauptgebäude bringen aber sie ist verschlossen oder bis zum ersten sprach haben war zu erwarten dann müssen wir wohl die kadaver durchsuchen irgendjemand was ist mit bruder jahre abgelehnt wie die anderen auch wenn ihr ihnen vielleicht noch einmal versuchen würde zu erklären wofür wir die körper brauchen dann ich werde mich vor diesen nahen nicht rechtfertigen wenn sie auch nur einen funken anstand besäßen würden sie die schuld erkennen in der sie bei mir stehen aber dann eben nicht es gibt andere wege sag den dienern dass ich für den abend nicht mehr gestört werden möchte und bring mir neue salbe die salbe natürlich meister schreitet wohl muss den schlüssel ja haben ähm alles in ordnung zaira nö du meinst in einer vision aber wie das ich dachte alles was du siehst stammt aus der zeit der pürea offensichtlich nicht das dürfte die jagdaufträge erklären von denen die dörfler erzählt haben aber wofür hat er so viele kadaver benötigt für den engel naja sehen wir uns erstmal nach warte hörst du das kichasch da da ist noch einer da dann suchen wir mal die ganzen kadaver ab der hat einen groschen deine vision muss wohl irgendetwas ausgelöst haben jedenfalls können wir uns jetzt auf widerstand einstellen komm lass uns den schlüssel finden ich möchte mir das hier nicht unnötig lang ansehen bin dabei schlüssel neuntraum ja ja gut bling bling bist du da okay äh gut versuchen wir sorry but I can go vorbei gut dass du nicht sterben kannst da läuft etwas ne da läuft nichts silber äh okay theoretisch ist das der richtige Weg aber wir kommen da nicht durch das müssen wir wahrscheinlich irgendwie aus rum es gibt doch kommen wir da nicht durch ne wir müssen ausrum schade dennoch bleibt es halt alles sich anzupucken oh bist du tot was ist das denn kannst du aufhören zu schieben hm fokus kann hier Jetzt kann ich sie auch durchsuchen. Vier Stück. Nice. Nix. Leeres Papier. So, kann ich hier mal aufmachen? Danke. Oh, 35. Ich hab schon 10.000. Stimmt, ich hab ja die Bank. Ich hab ja voll viel Geld ab oben. Was ist das? Das ist doch toll. Da ist auch nichts drin. Nee, von dem bin ich gekommen. Also wenn unten oder oben. Da kommt noch einer. Feinde, mach dich bereit. Wunderschöne Two-Shots. Dann noch hören müssen wir glaube ich nicht. Ich mein könnten wir, müssen wir aber nicht. Ich kann alleine springen und zaubern gleichzeitig. Was für eine geile große Halle. Ui. Was für ein Anblick. Siehst du irgendwas mit deiner Gabe? Ne. Nein, aber vermutlich haben wir in seinem Gemach die besten Chancen. Das dürfte die große Tür in der Mitte sein. Okay, ist aber gar nichts. Du kriegst Teildinger. Aber was kann man bei einem Einwurf auf anderes erwarten? Mal sehen. Hm. Verstehe. Das ist ein magisches Schloss. Einer der Magister hat uns mal ein ähnliches gezeigt. Man braucht Losungswörter, um es zu öffnen. Zwei Stück, wie es scheint. Das könnte schwer werden. Aber mit Sicherheit waren es Wörter, die Dalgala etwas bedeutet haben. Wenn es uns irgendwie gelingt, mehr über ihn herauszufinden, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ansonsten müssen wir einen anderen Weg hochsuchen. Lass uns die beiden Türme links und rechts von hier durchsuchen. Viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Na gut. Gehen wir erstmal hier. Okay, da war ich gar nicht mal auf den Weg hoch. Boah, Alter. Moment. Es muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Wenn die Fackeln nicht weggehen würden, dann würde ich die auch als Dings machen. Hä? Das ist doch gar nicht mal lang gelaufen. 시ht's ein rad Пом Ich bin nicht empfohlen. Schon wieder… Mann, spiel nicht so lange mit ihm rum. Mach ihn weg. Die ist gerade nicht mal lang gelaufen. Danke, dass du eine Facke dabei hast. Wir haben es hier vorhin nicht ausgepackt. Echt dumm, da ist sie nicht mal lang gelaufen. Ah. Wahrscheinlich eine der Schüsse von denen. Oh, die Natur. Das war eine Menge. Ah, wer von euch an der wunderschönen Schlüssel von der Tür. Okay, weiße keiner. Vielleicht liegt er noch irgendwo rum. Da liegt er aber noch irgendwo rum. Das sah aus wie eine Opfergabe irgendwie. Geht nicht mehr. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Junika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Täglich kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen. Und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit, mit dieser, mit dem Mädchen. Und jetzt noch dieser schwarze Stein. Kennt ihr denn die Sagen nicht? Ihr solltet... Geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mach mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingsschaft ist vorüber. Aber... Geh! Oh. Moin. Na? Sie wurde rausgeworfen. Weiter geht's. Schlau, die Weck... Sie facke, Wechselpacken, wenn man lesen will. Das war ein Arkanist der Siebentossa. Hier auf Enderei sind seine Lehren verboten. Scheint, als hätten Dalgala für den Engel Kräuter und Lichtmagie allein nicht mehr gereicht. Mhm. Pack mal die Verquill aus, es ist dunkel. Bitte. Na? Denen die auch gleich wird's den Leben mal weg werden. Lauter anatomische Modelle. Sogar Verlorene. Mich wundert nicht, dass er und der Bund der Apothekarii ihre Meinungsverschiedenheiten hatten. Sie hat Licht mitgebracht, aber komm nicht hinterher doch jetzt. Aber wenn das hier gleich keinen Kampf geben wird. Ach, was zum... Das ist kein Labor, das ist eine Gruft. Stimmt. Das ist echt eine gute Frage. Hm, verstehe. Siehst du das? Ein Kristall, aber so matt, als wäre ihm alle Energie. Energie ist Leben und Energie ist Tod. Weniger, nicht zu wenig, aber weniger. Enttäusch mich nicht. Diesmal nicht. Entzogen worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Was? Aber wozu? Dann wäre der Engel eine Art Extraktor? Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Der arme Hund, der hier war. Na gut. Der Gegner will wieder zurück. Das war ja Nummer 1. Ah ne, Moment. Hä? Ach, die zweite Lösung soll hier sein. Hast du das? Das ist... Nee, die war ja gerade, oder? Ja, dann wollte ich gehen. Erstmal quaschen. was? These lucrinnen. darauf zaubern soll ich nicht brief man das wäre das papier äh tanisha äh tanisha worte können nicht beschreiben wie glücklich mich jeder deiner briefe macht es ist als würde die wärme deiner finger noch an ihnen haften aber lass mich keine zeit vergründen und auf deine frage antworten unserer kleinen geht es immer besser das kühle klima tut ihr sehr gut und nur wenige tage nach unserer ankunft hier ist es aus ihrem koma erwacht sie aus ihrem koma erwacht ihre wangen werden von tag zu tag groß ihre atemzüge kräftiger ich bin mir sicher dass du sie zum nächsten sternen sommer nach bereits wieder in die arme schließen kannst außerdem wolltest du wissen wann du zu uns sieben kannst ziehen kannst schwer ins herz muss ich dich noch einige munde vertrösten meine anwesenheit hier würde mayas heilung gefährden und ich bitte dich nicht nach dem warum zu fragen glaubt mir mich schmerzt die distanz zwischen uns genauso sehr wie dich million sagte mir er habe im leoren in arg ein ganzes jahr unter unterkunft und verpflegung für dich gezeigt ich schreibe dir als bei dich in liebe samuel schon mal gelesen heute samuel hat aber nichts damit zu tun oder soll ich mal über die reden und irgendetwas tatsächlich zeig daigala hatte eine tochter und diese tanisha war wohl seine gefährtin ja aber wieso hier und nicht bei den apothekari in arg das ergibt keinen sinn immerhin wissen wir jetzt wie eines der losungswörter lauten könnte tanisha viel mehr werden wir nicht oder 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 maya gut komm gut dann versuchen wir mal unser glück an den siegeln tu du es hä hä wir müssen doch erstmal noch der zweite suchen kannst du mal licht machen bitte danke da bist du ja komm gehen wir mhm mehr tote was zum henker ist hier geschehen sah wohl so ein bisschen aus wie das letzte abend mal war war klar was zum henker war das denn eine magische animalie ja vermutlich aber das ist kein gewöhnliches elementarwesen so etwas habe ich noch nie gesehen lass uns einfach auf der hut sein ich hab schon mal gesehen öftersbegegnis im chassis doch beeil dich einfach ich warte hier so lange tust du nicht das weiß ich oh eine magische tür da ist noch ein buch was ist das ein glocken riesel eine barriere hm das sieht mir nach sternlingswerk aus ohne ohne dass du nicht die richtige anfolge ist es unmöglich die barriere zu bangen richtig ja und die kennt außer uns beiden niemand hat ich verstehe dann gebührt euch mein dank wir sollten anstoßen tirmatraler brandwein ich äh ich muss gestehen dass ich kein freund des alkohols bin aber hab dank hm ach äh na schön worauf trinken wir auf unsere zusammenarbeit und auf eine welt frei von leid auf unsere zusammenarbeit ähm gut auf unsere zusammenarbeit und eine welt frei von leid die vergriftet wahrscheinlich oder vorzüglich wirklich unter uns her ja warum die barriere was habt ihr da oben gelagert dass euch eine festung aus nordwindstein nicht genügt etwas wertvolles und etwas sehr zerbrechliches äh verstehe nun ja jedenfalls wird der ach verflixt zugeschraubt als bin ich plötzlich müde die ganze arbeit ist mir ein wenig zu kopf gestiegen ja ja ihr solltet euch schlafen legen und verzeiht mir ich werde für eure familie sorgen darauf habt ihr mein wort was meint ich ich muss die es tut mir leid mehr über den mechanismus zu wissen wird das schwer ja du hattest wieder eine vision vergiftet wieso das macht sinn aber dafür zu morden das hätte ich nicht von ihm erwartet es muss irgendwie mit dem engel zusammenhängen die frage ist nur wie wir jetzt hier weiterkommen wir haben weder dieses gerät noch glaube ich dass dalgala die abfolge niedergeschrieben hat wenn er dafür bereit war einen menschen zu töten aber es muss einen weg geben sehen wir uns mal um ja viel haben wir ja nicht liegen ne ein durchbruch ein durchbruch vielleicht könnten wir den mechanismus mit gewalt stoppen aber wie hm warte ja das könnte funktionieren vorhin als wir die fässer aus dem lager hochgerollt haben habe ich noch einen beutel schwarzpulver mitgenommen ich dachte er könnte uns nützlich sein hier magistra yaela hat mir einmal diese spruchrolle gegeben